Der ist wohl nicht der allergrößte Klum-Fan. Schauspieler Kai Wiesinger, 56, hat, von Gala-TV-Moderatorin Annika Lau auf freizügige Fotos von Nachwuchsmodel Leni Klum, 18, angesprochen, offen ausgeplaudert. Mit dieser Art, sich im Internet zu präsentieren, kann er offenbar so gar nichts anfangen. Was er über die Tochter von Heidi Klum, 49, zu sagen hat, erfahren Sie oben im Video. Kai Wiesinger über Leni Klums offene Art.Leni, die Tochter des legendären Models Heidi Klum, ist mittlerweile 18 Jahre alt, doch sorgte schon im Alter von 17 mit freizügigen Fotos für Aufsehen. Wären das meine Kinder, würde ich mich gesondert mit denen unterhalten, gesteht der dreifache Vater Wiesinger im Interview bei Gala-TV. Und verrät, die leben ja in der Öffentlichkeit. Das versuche ich für unsere Kinder zu vermeiden. Kai ist seit 2014 mit Schauspielkollegin Bettina Zimmermann, 47, liiert. Das Paar lebt das perfekte Patchwork-Glück. Die beiden haben ein gemeinsames Kind. Aus einer früheren Beziehung hat Kai zwei Töchter, Bettina noch einen Sohn. Das ganze Interview von Kai Wiesinger mit Annika Lau gibt es am Samstag um 17.45 Uhr bei Gala-TV auf RTL zu sehen. Musik 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 Amen. Amen. Amen.